Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Drei Tage nachdem die Regierungsparteien bei den Wahlen 2022 eine Zweidrittelmehrheit errungen haben, gab der Ministerpräsident eine internationale Pressekonferenz. Viktor Orban teilte mit, dass er am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten telefoniert und ihn gebeten haben soll, einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine durchzusetzen. Orban sagte auf der Pressekonferenz, gleichzeitig habe er Putin zu Friedensgesprächen nach Ungarn eingeladen. An den Gesprächen in Budapest sollen neben dem ukrainischen Präsidenten Zelensky auch der deutsche Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron teilnehmen, so Orban. Der Ministerpräsident ergänzte, Putin habe auf den Vorschlag positiv reagiert, allerdings Bedingungen gestellt, über die er vorerst mit dem ukrainischen Präsidenten abstimmen sollte. Das ungarische Außenministerium hat am Mittwoch die Botschafterin der Ukraine in Budapest einbestellt. Es ist an der Zeit, dass die ukrainischen Führer mit der Beleidigung Ungarns aufhören und den Willen des ungarischen Volkes zur Kenntnis nehmen, schrieb Außenminister Peter Siato auf seiner Facebook-Seite. Siato wiederholte, dass die Regierung die russische Aggression gegen die Ukraine verurteile, zur Souveränität der Ukraine stehe und den Geflüchteten helfe, Ungarn aber aus dem Krieg raushalten wolle. Zugleich untersagte Siato Waffenlieferungen, die durch Ungarn direkt an die benachbarte Ukraine gehen und sprach sich erneut gegen Sanktionen auf den Energiesektor aus. Tomasz Deutsch, Abgeordneter der Fidesz im Europäischen Parlament, bezeichnete den Brüsseler Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn als ein, Zitat, Aushungerungsverfahren. Deutsch formulierte, das Verfahren habe nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Stattdessen sei es eine politische Strafmaßnahme, die mit Zustimmung der linken Parteien als Antwort auf den historischen Wahlsieg der Fidesz formuliert worden sei. Deutsch ergänzte, Brüssel sollte keine Konflikte schüren, sondern zu Vernunft und Dialog zurückkehren. Mehr als vier Millionen Menschen sind bisher aus der Ukraine geflohen. Laut Polizeiangaben sollen allein am Dienstag über 7.500 Menschen in Ungarn angekommen sein. Die ungarischen Behörden helfen den Kriegsflüchtlingen nicht nur an der Grenze zur Ukraine, sondern auch in der Hauptstadt. Die Budapester Polizei hat am Dienstag bis zu 600 Flüchtlinge empfangen. Die Flüchtlinge, die mit Sonderzügen an den Budapester Bahnhöfen angekommen waren, wurden mit Bussen in die BOK-Sporthalle gebracht. Die 40. Konstruma wurde am Mittwoch im Hung-Expo Budapest eröffnet. Die führende Baumesse der mitteleuropäischen Region, zu der über 400 Aussteller aus Ungarn und dem Ausland erwartet werden, findet zwischen dem 6. und 10. April statt. Das waren die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.